Gestartet Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Links fahren. Dann links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links fahren. Dann wegschrauben. Dann links hoch und abonnieren lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt links fahren Die Zielführung wurde gestartet, jetzt links fahren Die Zielführung des ZDF, 2020 Die Zielführung des ZDF, 2020 Die Zielführung des ZDF, 2020 Rechts fahren, dann rechts abfahren Jetzt rechts abfahren Die Zielführung des ZDF, 2020 Jetzt links fahren. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen Jetzt abfahren Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen Jetzt abfahren Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen Jetzt abfahren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt rechts fahren! Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts fahren, dann rechts abfahren Nach 200 Metern links abbiegen Jetzt links abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020